Unsere regelmäßige Gäste Dunstor & Cherry Wainer of the Orgel und Red River Valley. Sie kommen noch einmal. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gluck. G-L-O-O-K. Das ist nicht unsere Produzent. Sie sollten das nicht verwechseln. Das ist ein süßes Ding. Kann man über Carmen und so weiter. Das ist der Mascotte von unserer nächste Band. Und sie stammen aus Schweden. Und haben die Hitparade in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen und die ganze skandinavische Küste geführt. Seit Monaten. Mit fast jeder Platte. Zur Zeit in Schweden sind sie Nummer 1, Nummer 3, Nummer 5 und Nummer 7 oder sowas endlich. Das ist unheimlich. Sie wollten auch drei von ihr ganz großen Schlagern in Skandinavien uns vorstellen heute. Und sie heißen The Hapstars. Ich glaube sie warten auf den Titel, ne? You're waiting for me to say the songs? Okay. Die erste Song ist Sunny Girl und die zweite No Response. The Hapstars noch einmal ein bisschen Applaus, ne? Ich